Aua, aua, aua! Ihr ist ein Traitor, Alter! Hallo Timo, wo bist du? Johnny, ich will die Arisaka! Ich töte Johnny jetzt, wenn ich die Arisaka nicht von ihm kriege. Timo, hinter dir was ist seine Arisaka? Die Arisaka ist die Waffe mit Bayonet. Also mit Messer. Das spiel hier nicht. Timo, guck mal hier! Okay, ich töte ihn jetzt. Okay, ne, Saigo-Gin hat die. Saigo-Gin? Nein, doch, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung wie der heißt. Gib mir mal bitte die Arisaka. Qui-Gon-Gin, bitte gib mir mal... Gib mir mal bitte die Arisaka, bitte. Ich möchte die haben! Dino-Fresser, würdest du mir den Arisaka sporen? Ich mein, sorry, aber ein bisschen ruhiger, bitte. Wo liegt denn der Arisaka? Da. Danke. Weißt du? Und dann hat er auch noch ne Lehre! Ich fick ihn gleich! So ein Wichser! Ja, ich hab ihn ja auch grade erschossen. Wieso? Weil ich die Arisaka haben wollte! Ähm, wer hat das grade gesagt? Ich würde mal KOS setzen. Ich hab' ne Beleidigung hier, ja. Der nervt nämlich. Ah, ja. Ja. Freddy war Kinn und Kinn und Kinn. Äh, Freddy war der Kill gerechtfertigt. Ich hab' Kinn. Ähm, gegen Johnny. Oh, auf mich geschossen, auf mich geschossen, auf mich geschossen. Ne, ich wurde nur mit nem Koffer beworfen, okay. Okay. Koffer beworfen ist, äh, normal, das kann man durchmachen. Ja, ist dann was unser Traitor-Kollege. Ja. Ach stimmt, du bist ja auch Traitor, hab' ich grad'n vergessen. Ja. Ich war grad zu schnau, das wär' ich nicht Traitor, wen töten wir jetzt? Ähm, ich such grad jemanden. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein Messer. Oder hast du schon ein Messer? Hab' ich auch schon. Okay, dann kaufe ich mir mal ne, ne Poison Gun. Und dann schieße ich einfach da rein, okay? Okay, ich schieße jetzt einfach in die Menge, wenn ich eine sehe, okay? Dann musst du da nicht, dann darfst du da nicht drin stehen. Okay, ich bin nun bei unserem Dete. Johnny! Was willst du mit Johnny? Den hab' ich gekillt! Lass' ihn liegen! Warum respawnst du Johnny? Warum respawnst du Johnny? Alter, der weiß jetzt, dass ich Tee bin, ne? Hallo Süsiechen! Äh, sorry, Panda-Bärchen. Es ist keine Shotgun, auch keine M4. Guck, ich schlafe weiter. Du redest grad nicht. Scheiße! Oh scheiße, weil wenn jetzt inner, ähm, hier ermordet wird, dann kann er nicht mehr rufen, dass da... Ja, stimmt eigentlich, ne? Doch, die können, ähm, doch, die können was eingestellt haben. Die können das da eingestellt haben, zum Beispiel. Da, da. Wie geht das? Wie geht das? Da muss man einstellen. Lass' ihn einstellen. Warum lebt Johnny wieder? Ich töte ihn jetzt wieder, ne? Lass' mal kurz Johnny suchen den Killen. Hast du die Crowbar Shotgun? Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab's halt wirklich mit Crowbar rum. Ich hab, ich hab, ich hab's halt wirklich mit Crowbar rum. Ich hab ne Frage, warum lebt Johnny wieder? Toll, jetzt können wir doch die 3 Detes reden, oder was? Ne, die 2 Detes. Ey, irgendwie verrückt jetzt, ne? Nobody acts suspicious. Ja, äh... Ähm, hast du jetzt ein Messer, oder nicht? Ich hab' ein Messer, schon lange. Okay, ich kauf mir jetzt mal da. Ich guck jetzt mal nach, ob jemand alleine ist. Ich hab aus dem Geschossen. Es ist scheiße, wenn keiner mehr reden kann. Okay, hier steht einer alleine rum. Okay, das ist Johnny. Ne, Alphaplay, das ist Alphaplay. Den hau' ich ihm weg. Ich will eigentlich einen, äh, Typen-Live, aber ich hab irgendwie keine Ahnung wen. Ja... Er ist vergiftet. Alphaplay ist vergiftet. Nein, nicht Alphaplay! Er ist tot. Äh, wie kann man nicht im Chat schreiben? Ja, natürlich. Das ist doch hier, äh... Da, da oben ist aber einer, den will ich auch töten. Er ist schon hochgelaufen. Wer denn? Ja, ich geh doch schon runter. Tut mir unendlich leid. Ich bin wieder runtergegangen. Also Alpha ist jetzt aufgelaufen. 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 Ach, Detective. Weil der Flüchtig wurde. Kann man ja so sagen. Da wurde er ungetötet. Plötzlich sind fast alle tot. Da war gerade einer auf dem Dach. Ja, den wollte ich ja töten. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem. Das ist dir klar, oder? Warum? Ich snipe einfach runter. Ähm, der geht wahrscheinlich jetzt in den Hinterraum. Da kriegt man ja nicht runter. Warte, eins, null. Wo ist er? Er ist... Er ist außerhalb der Map. Ja, sag ich ja. Okay, Mark macht er jetzt tot. Er ist tot. Ja? Okay, nice. Gut. Ich geh jetzt mal kurz den da töten. Das ist, ähm... Playtime. Warte, lass mich hin. Lass mich hin. Ich hab die Poison Deergun noch. Ich möchte ihn noch aus... Verwenden. Ich hab mein Turret noch, okay? Ne, Turret ist unendlich. Ich liebe Turrets. Okay, Alpha Play ist vergiftet. Nein, Play. Äh, Play LP ist vergiftet. Johnny, lass mal runter. Lass mal untersuchen. Johnny. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Ja, ist er. Okay, ich töte den zweiten Date, okay? Der ist doch vergiftet? Ähm, du. Ehm, let's play. Komm mal mit. Let's play, komm mal mit. Nein. Wir müssen ihn killen, wir müssen ihn killen, wir müssen ihn killen. Let's play. Let's play, komm mal mit. Oh, da schießt ein Turret. Let's gehen in die Health Station schnell. Geh schnell an die Health Station. E drücken. Wie sagst du dann eine Health Station? Warum hast du dann ein Turret hingepackt? Glück gehabt. Wieso nicht? Weil ich dadurch, ähm, nicht mehr laufen kann. Vernünftig. Schmeißt du es halt um. Hast du gemacht? Äh, ne. Der dettisch jetzt nicht. Äh, lol. Äh, das war der Smoke? Welche Waffe soll ich mir noch holen? Ich weiß es nicht. Wir können jetzt nicht mehr reden, übrigens, falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat. Und ich hole mir jetzt erstmal das Health Station. Und ich hole mir jetzt erstmal das Health Station. Ich will nicht mal mit dem Skower ist. Außer die oben sind. Der Fischi. Ich sehe das nur einmal, ne? Dann bist du, äh, down. Soll ich dir mal sagen, wer jetzt down ist? Johnny ist tot? Ähm, soll ich einfach mal den Detekillen? Ich glaube, der Fischi ist es. Der ist noch, äh, let's play time und dings. Es sind noch zwei Traitor, ne? Okay, er traint die Chaos. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Wo, wo bist du? Ich hab, ich war hinter, äh, ich war hinter, ähm, dem Detektiv. Okay. Und ich hab, ich hab ihn versucht zu snipe, weil ich war zu schlecht gerade. Okay. Scheiße, er hat einen Coin, oder? Ja. Äh, hast du noch einen Live, oder so? Nein. Es ist zwei gegen zwei. Es sind Lefischi und Timo Nato KS. Ich geh jetzt. Lefischi und Timo Nato KS. Halt doch mal die Fresse, Junge. Ähm, Timo, lass uns noch mal kurz nen Prozess mitmachen. Lefischi und, ähm, Geht der Traitor Chat? Weiß ich nicht. Der Erste? Ich hab nämlich nicht gehört. Okay, Timo ist auch tot. Also Lefischi ist auch noch KS, würd ich nur sagen. Fuck, ich bin gleich tot. Hol dir ne AK oder so. Kann ich nicht, ich hab kein Knete. Ach. Alter, ganz ehrlich, könnte mal bitte jemand wieder die Sounds anstellen. Das ist todesnervig. Dominik, wo stellt man das ein? Dominik, wo stellt man das ein? Dominik, wo stellt man das ein? Alter, ich hab ihn gekillt und du wieder belebst ihn einfach. Ich hab ihn als Traitor gekillt. Boah, regt mich Dino Fresser grad auf. Und dann Z-O-O-M. Und dann musste das auch mit Maustaste 3 ritten. Also ich hab auch mal aus das L3. Also auf Komplett und dann noch was machst das L3. Das heißt Südzoom oder so. Also ich lage, ist so geil da. Das war wohl lustig geil. Käseflip, gib mir bitte deine Arisaka. Käseflip, bitte. Ich möchte die Arisaka. Ich töte ihn wieder. Ich bin Dete. Käseflip, gib mir die Arisaka. Weil ich Dete bin. Los! Dankeschön. Endlich mal jemand erhört. Freddy K.O.S. Ich bin K.O.S. Mark, Mark, hast's gemacht? Mark, hast's gemacht? Mark, hast's gemacht? Mark, wie hier ist denn das Zeugner? Also... Südzoom. Hab ich doch eher auf Steam geschrieben. Südzoom. Ja. Hab ich geschrieben, das ist Shit by Combat. Hast du den Koala gefunden? Ne Koala? Ne Koala? Ich folge jetzt Dino Fresser. Hallo Dino Fresser. Das Zeugner hast du jetzt, ne? Wow. Ähm... Epic Warfail hat mich grad fast getötet. Nein, ich hab dir da auf den Dings geflossen. Es ist übrigens K.O.S., wenn man aufs Dach gehen will mit dem scheiß Koffer. Ja. Es ist wirklich K.O.S. Wer aufs Dach geht mit dem scheiß Koffer, wird getötet. Auch wenn man es nur versucht. Was ist der die ganze Zeit gemacht? Ist der das K.O.S. gesetzt? Nein, er hat noch ne Ausnahme. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Mark, was ist denn? Ich erschieß ihn sofort, wenn er es macht, ne? Wenn du es versuchst, erschieß ich dich. Du musst die, dementsprechend die Tafel drücken. Nicht wahr? Ja, du musst die Tafel drücken. Mr. Toxel, leg den Koffer weg. Ich verstehe dich vorher. Gleichzeitig drehen. Alter. Also eins bis neun. Ah, genau so. Da haben wir den Koffer gemacht. Soll ich ihn erschießen? Nein. Ich geh jetzt aufs Dach. Du gehst aufs Dach? Ja. Das hört dich durch das K.O.S. Das ist mir doch egal. Ich war da noch nie drauf, Alter. Ich war da noch nie drauf. Ich will jetzt auch mal drauf. War das irgendwie K.O.S., jeder der das macht in dem Koffer? Ja, aber dann nicht der Tete. Oh. Ich hab's überlebt. 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 Oh, fuck, Alter. Alphaplay? Alphaplay war's. Ja, ich hab'n Heatstation. Ähm, die dürfen aber nur Proven Leute benutzen. Komm mit. Und du bist sowas von Proven. Ja, bist du. Wer dieses Ding benutzt ohne... Okay. Okay. Du darfst es auch benutzen. Äh, Epic War. Aber sonst keiner. Ich hab's dir meine Waffe geschenkt. Ja, du bist nicht Proven. Ja, okay. Ich hab' solche Waffen. Fuck, Alter. Ja. Hat der jemand... Hat der irgendjemand getwittert eigentlich? Warum ist Susi Proven? Aha. Weil sie nicht Proven ist. Ah, okay. Weil sie ein Panda-Bärchen ist. Okay. Okay, Panda-Bärchen sind Proven. Dinofresser zielt auf mich. Dinofresser lasst das. Brav. Die Hellstation steht hier, aber die ist nur für Leute, die Proven sind. Lord, hilf mich. Ist dahinter. Magst du dich töten? Oh Gott, schreck mich nicht so, bitte. Magst du dich töten? Magst du dich töten? Liege in den Traitor. Liege in den Traitor. Liege in den Traitor. Liege in den Traitor. Okay, ich brauch' ne Leiche, ne? Ich will ne Leiche den Ars scannen. Oder ich brauch'n Traitor. Wollen wir jetzt ne Leiche den Ars scannen? Wo sind die beiden? Wo sind die beiden? Wer? Äh, wo sind die Traitor? Du passt hier auf. Du passt auf die Hellstation auf. Tötest jeden, der rangeht, der nicht Proven ist. Echt? Freunde, wo sind die Toten? Ja, da ist doch einer, Mensch. Gib doch mal her. Gib mir deine Punkte. Okay, die Punkte sind schon rausgesogen, glaub' ich. Fuck, die Dinger sind draußen. Okay, Käsefip. Das ist nicht erlaubt, Junge. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Bleib stehen! Stehen bleiben. An die Wand mit dir. An die Wand! Ist okay. Ich hab' ihm ins Bein geschossen. Hast du die beim Traitor? Ja, einer hatte keine Freundes mehr. Halt dich doch mal selber! Ach, ich bin ja auch schon wieder fast tot. Immer noch, oh. Die, ähm... Käseflip, warum heilst du dich? Käseflip, warum heilst du dich? Äh... Warum nicht? Ich hab' gesagt nur Proven. Ach so, okay. Okay, äh... Wer ist jetzt gerade? Da ist gerade irgendeiner. Umgekehrt. Also, ich seite immer noch dort. Da vorne wird geschossen, glaub' ich. Passt du auf die, äh... Ja. Ja. Äh... Wo? Ich möchte, danke. DNA-Scanner. Ich werde in der AK. Der Detective. Der Detective. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Es ist closed. Es ist closed. Wo ist denn der? Nein, nein, nein. Es ist Korki, 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 Korki! Er geht jetzt rein, er geht jetzt rein. Alter. Alter. Ich wurde eingeschossen. Kann ich später die Hälfte schon benutzen? Äh... Darf ich jetzt auch wieder? Ich bin ja froh. Hallo Ghost. Ich bin euer Dete. Hört auf auf mich zu schießen. Hört auf auf mich zu schießen. Ich bin Dete. Hört auf auf mich zu schießen. Das ist illegal. Okay, du bist gleich sowas von tot. Wenn du alle mute hast, wirst du nicht gewollt, dass der geslade wird. So, was ich zum Glück machen. Ey... Ich geh jetzt sowieso, also...